Okay, hier sind wir wieder. Anusix in der 2 History und ich spiele weiter meinen Spielstand von gestern, wo es schlichtweg darum geht, einen Gegner platt zu machen. Nein, das Schiff ist schon ziemlich schrottig. So, dann muss ich jetzt überlegen, worum ich mich jetzt kümmern werde. Ich würde mal sagen, ich erober einfach mal die Hauptinsel. Unsere Soldaten haben irgendwie überlebt, das ist gut. Setzt die Vorsäge, hei hei Captain, hei hei Captain, in die Wanden, hei hei Captain, in die Wanden, volle Breitseite, Anker lichten. Okay, sein Schiff ist wunderschön auf dem Grund befördert worden. Setzt die Vorsäge, hei 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 Captain. Hier, oder was? Jetzt weiß ich, worum sich das eine Schiff auf jeden Fall kümmern sollte. Nämlich um den Truppenabtransport. Von hier. So, das wird jetzt repariert. Die greifen jetzt einfach mal die weiteren Türme an. Und die machen dasselbe und killen die Werft. So, dann ist der fertig und kann zurück weiter geschrottet werden. Okay. Und dann ist eine phase. Und dann ist der Phillips auf den nachmelden. Und dann ist der Phillips. Das ist der Phillips auf dem Geat. Und dann ist der Phillips auf dem Neige. Oh, klar. Oder wenn der Phillips auf dem Verkehr geht, Jetzt wird unser Schiff natürlich geschrottet hier. Jetzt muss ich das zurückschicken. Okay, die Werft ist weg. Es sind hier nicht mehr so viele Türme, würde ich sagen. Das ist ziemlich gut. Geld tun wir immer noch verdienen. Das heißt, wir die ganzen Türme weg sind. Dann können wir mit der Inversion auf die Insel beginnen. Dafür schrotte ich noch weiter die Türme hier. Dann können wir mit der Insel machen. Oh, willkommen, wer auch immer da ist. Jetzt kümmern wir uns mal um die Kanonierer, die müssten relativ schnell drauf gehen. Neue Werft hat er bisher nicht gebaut. Lass ich mal eine Kavallerieeinheit raus, vielleicht triggert ihn das so weit, dass der dann netterweise hier seine Truppen rausschickt. Ja, sie kommen, das ist gut. Das sind noch welche. Die versuche ich mal mit dem Schiff hier auszuschalten. Setzt neu im Kurs. Aye aye, Captain! In die Branden! In die Branden! Gibt drei Seiten! Jawohl, mein Eine. Okay, er hat noch ein bisschen Truppen hier. Aber nicht mehr so viele. Schifft eure Handelsrouten. Setzt die Vorsäge! Jawohl, mein Fürst! Ein Schiff wurde repariert. Heihei, Käpt'n! Ankerlichten! Ankerlichten! Setzt neuen Kurs! Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Eisen gibt's auf dieser Insel. Ankerlichten! In die Wanten! Okay, jetzt können wir mal versuchen, gleich mit unseren Truppen hier ein bisschen Chaos zu stiften. Erstmal neue Truppen hier raus. Heihei, Käpt'n! Soldaten sind ausgebildet. Soldaten sind ausgebildet. Setzt neuen Kurs! Setzt neuen Kurs! Setzt neuen Kurs! Setzt neuen Kurs! Und das wird schwierig, weil der wird wahrscheinlich hier direkt erstmal alle killen. Ankerlichten! Wissen, und vor allem? Wie geht mir denn hier? Also schon mal! Bist du ausgebildet! Das scheint beim besten Willen nicht zu klappen, wie ich es wollte. Okay. Der erste Turm ist weg. Jetzt gibt es dasselbe Spielchen mit dem zweiten Turm. Überprüft eure Handelsrouten. Der Landwandkönig für unseren Herrscher. Ich weiß nicht, ob ich an diesem Turm von der Reichweite herkomme. Das kann ich mal versuchen. Da sind jetzt noch irgendwie vier, fünf Stück dran in der Stadt. Auf auf den nächsten Turm. Also die Kavallerie scheint hier echt einen besseren Job zu erledigen als die Kanonen tatsächlich. Jetzt haben sie es geschafft, den nächsten Turm zu killen. Ich überlege gerade. Ja, ich hau jetzt den hier kaputt. Einer hat's geschafft. Wow. Wow. Ah, hallo. Mir geht's gut. Ich spiel jetzt ein bisschen an, aber ich hab gar nicht den Chat gesehen. Bin so sehr beschäftigt hier gerade mit diesem recht sinnfreien Krieg. Und zerstören mit Reitereinheiten jetzt Kanonentürme. Okay, das Schiff scheint es von der Reichweite her auf jeden Fall nicht zu schaffen. Das heißt, wir müssen neue Kanonentruppen von hierher holen. Wir werden noch mehr davon brauchen, um weitere Teile der Stadt einzunehmen. Für unseren Herrscher! Aye, aye, Captain! Zu Diensten, mein Fürst! Jawohl, mein Fürst! Zu Befehl! Ja, die kennen den Nächsten. Sehr gut. Viele sind es nicht mehr, die übrig geblieben sind. Aber der Turm ist tot. Neue Einheiten sind bereit. Ich glaube, mehr Einheiten sind hier nicht mehr über. Außen, no, es sind noch zwei Türme da. ... ... ... ... ... ... ... Jetzt habe ich niemanden, den ich zu den blöden Piraten schicken kann. Überprüft eure Handelsrouten. Eine Einheit wurde ausgebildet. Voller Breitseite! Gebt 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 Breitseite! ewiges schiff reparieren und jetzt habe ich so ein bisschen überblick verloren eigentlich wollte ich hier jetzt die vorsegel Also der versucht das alles hier wieder aufzubauen. Zum Glück keine neuen Kanonentürme. Die alten machen wir eigentlich schon Stress genug. Die Kanoniere halten echt nicht lange aus. So dann nehme ich noch ein paar Truppen mit. Guck wie es hier aussieht. Okay die kämpfen gegen den letzten Turm an. Der ist jetzt weg. Jetzt habe ich nicht genug Truppen um die ganzen Marktplätze hier zu schrotten. Okay. Na toll der baut jetzt wieder Kanonentürme. Okay. Macht das dumme Schiff überhaupt irgendwas? Nee das lässt sich nur von Kanonentum killen. Neue Soldaten sind verfügbar. Volle Breitzeite. Setz die Vorsäge. Volle Breitzeite. Tabakwaren gehen zur Neige. Okay. 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 So jetzt kann ich den Turm endlich killen. Das Töten von Markplätzen mit Hilfe von Kavaleriesoldaten ist natürlich eine äußerst dumme und langwierige Idee. Okay. Schaffen sie den Konto nicht mal anzugreifen. Okay. 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 Jetzt dauert ja ewig bis die kaputt sind. Nein. Ein Kanonenturm. Jetzt geht der ganze Spaß wieder von vorne los. Ich hasse es. Kann ich die ganze Kavalerie dafür fürfeuern und die blöden Kanonentürme platt zu reißen. Jetzt hätte ich gleich die Siedlung schon gehabt, aber nein, die wird jetzt kaputt gemacht. Ah. Ähm. Eine Einheit wurde ausgebildet. 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 Okay, dann gibt es noch einen in der Innenstadt. Mit dem schönen Ding nur, dass wir keinerlei Truppen mehr haben. Eine Einheit wurde ausgebildet. So, und jetzt übernehme ich die komplette Siedlung. Sobald das möglich ist, würde ich hier behaupten. Ich weiß nicht, wo der eine Marktplatz war. Ich glaube, der war hier. Dann fehlt eigentlich hier noch einer. Mh, den fehlt also ziemlich an allen in dieser Siedlung. an Alkohol. So, wie war das Alkohol? Also gab es doch hier ziemlich viel. Ja, das Wichtigste ist Alkohol. So, Nahrung bekommen wir von hier, von mir aus. Ja, da gibt es auch Nahrung. Die sind alles andere wie zufrieden hier. Ich glaube, das Erste und das Wichtigste hier wäre erstmal ein bisschen Nahrung herzustellen. Bevor die ganze wunderschöne Siedlung kollabiert, was ziemlich schnell gehen wird, denke ich. Das wissen, wenn Sie nicht unbedingt auch geben können. Wichtig ist. Ich glaube, es hat ein paar Prozent nachgebenetern. Und bei denen geht es noch ein paar Frнов, die in diesem T clubить. Und gleich habe ich in einem hannoдерж vaccinated. HI, die übernehmen luxe, amENTE. Ich glaube, aus dem T, wir werden das nicht segregationssystem. Also, ich bitte immer davon pension ampliar können. Die Fischhäuten werden es glaube ich in wenigen Minuten richten. Setzt die Vorsäge! Überprüft eure Handelsrouten. Ankerlichten! Ankerlichten! Überprüft eure Handelsrouten! Okay. Jawohl, was war die Masken? Ankerlichten! Ankerlichten! In die Wanden! Ankerlichten! Ankerlichten! In die Wanden! Untertitelung des ZDF, 2020 Stoffe sind mangelbare. Es fehlt an Nahrung. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Ankerlichten! 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 Setz die Vorsäge! Ankerlichten! Toll! Ankerlichten! 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 In die Wunden! Also wir nehmen von die Gewürze und Nahrung. Also jetzt brauchen sie noch Tabakwaren auf dieser Insel. So, die Kaufleute sind zufrieden. Tausend Einwohner hat das Ding noch zum Teil. Das waren bestimmt hier Gewürzfarm oder sowas, was hier rumstand. Ich glaube, die hatten hier noch einen Marktplatz stehen gehabt, aber dazu brauchen wir jetzt mal das ganze Holz. Das hole ich mal von hier weg. Hier muss ich anfangen, mal meine Schiffswracks alle zu reparieren. Der Segel setzt neuen Kurs. Überprüft eure Handelsrouten. So. 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 Das war's für heute. Überprüft eure Handelsrouten. Schiffsreparatur beendet. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das wird ja ähnlich mühselig funktionieren wie jetzt hier, indem wir sehr viele Einheiten opfern, die die Aufgabe haben, die sogenannten gegnerischen Dinger zu beseitigen. Also die Türme. Die werden ein bisschen unzufrieden bleiben, aber gut, kann man nichts machen. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Ach, hier schon wieder. So, den haben sie jetzt auf den Grund befördert. Das war's für heute. Setzt neuen Kurs. Setzt neuen Kurs. Also mein Ziel ist es erstmal die Nahrungsversorgung dieser Insel herzustellen. die Versorgung mit Tabakwaren wird wohl nicht funktionieren. Die Versorgung mit Gewürze dürfte gehen. 16 Tonnen, 16 Tonnen, 14 Tonnen, okay, jetzt wird immer weniger. Neue Soldaten sind verfügbar. Das war's für heute. So, wie war's? Dann müssen wir was für die Versorgung mit Stoffen tun. Ich weiß nicht, ob solche Maßnahmen irgendwie helfen, aber irgendwie muss man was für Zweifel tun, damit die arme Insel wieder irgendwie läuft. Toll. Es fehlt an Nahrung. Es fehlt hier an Stoffen wahrscheinlich, weil ich ständig hier am Schiffe reparieren bin. So, den Mangel an Tabakwaren müssen wir ein bisschen dulden. Hier ist eine ganze Insel voller Alkohol und Tabakwaren. Es fehlt an Nahrung. Ich glaube, dass die Versorgung nicht mehr so ist. Ich glaube, dass die Versorgung nicht mehr so ist. Ich glaube, dass die Versorgung nicht mehr so ist. Überprüft eure Handelsrouten. Überprüft eure Handelsrouten. Okay. Was denn seine blöde Werft? Da hinten. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Okay. Okay. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Ein Schiff wurde repariert. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Eine Zufriedenheit kriege ich hier bestimmt nicht. Bei dem ständigen Mangel an allen im Prinzip. Aber egal. Jetzt muss ich mich noch durchringen, hier alles irgendwie aufzuräumen. Es fehlt an Nahrung. Sollen die alles einkaufen, was die hier nicht haben? Damit der Laden wenigstens ein bisschen besser läuft. Jetzt die Vorsäge! Stoffe sind mangelbar. Okay, die Werft bin ich schon mal los. Jetzt habe ich hier wieder Millionen an Türmen stehen. Die natürlich allesamt aus meiner Reichweite heraus sind. Und die Wunden! Voller Breitseite! Hebt Breitseite! Voller Breitseite! Hebt Breitseite! Eure Kappten! Voller Breitseite! Überprüft eure Handelsrouten! Überprüft eure Handelsrouten! Ah, jetzt baut das schon wieder alles direkt auf! Hebt Breitseite! Die Wunden! Hebt Breitseite! Voller Breitseite! Hebt Breitseite! Neuen Koss! Hebt Breitseite! Setzt neuen Koss! In die Wunden! Ankerlichten! Ankerlichten! Ich weiß gar nicht, wo hier auch die Steinbrüche sind, um die zu ruinieren. Da hinten. Hebt Breitseite! Voller Breitseite! Voller Breitseite! Hebt Breitseite! Hebt Breitseite! Oh, Mann! Hebt Breitseite! Voller Breitseite! Jetzt werde ich Milliarden an Bodentruppen da investieren müssen, damit da irgendwas passiert. Ich fange jetzt einfach an, diese Siedlung wahllos zu zerstören, das bringt ja nichts. Und dann kommt es! Hebt Breitseite! Hebt Breitseite! Oh, Mann! Halle Breitseite! Oh, Mann! Gibt Breitseite! Oh, Mann! ...Gibt Breitseite! Gibt Breitseite! Das war's für heute. Setzt die Vorsäge! Ankerlichten! Ankerlichten! Ei, Ei, Käpt'n! Gebt Breitzeite! Setzt neuen Kurs! In die Wanten! In die Wanten! Gebt Breitzeite! Tolle Breitzeite! Gebt 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 Breitzeite! Tolle Breitzeite! Gebt Breitzeite! Gebt Breitzeite! Gebt Breitzeite! Ja, ständiger, sinnloser Beschuss dieser blöden Insel. Irgendwann müsste eigentlich jeder normaler Spieler hier bankrott werden, aber der natürlich nicht. Soldaten sind ausgebildet. Überprüft eure Handelsrouten. Okay, ein Turm ist ruiniert. Jetzt haben wir eine neue Mühle hingebaut, ja natürlich. Okay. 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 Okay, die werden jetzt hier mit irgendwas versorgt. Neue Soldaten sind verfügbar. Was fehlt auf dieser Insel Holz? Es mangelt an Alkohol. Das kann doch nicht sein. Dann kam mir von mir aus alles ein, um dich hier zu versorgen. Überprüft eure Handelsrouten. Anker lichten! Ja. 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 EINE Prague. Ich bin ein Foto. Und da wird ein großer Lichten besitzen. Ich bin der Einheit, der ausgebildet ist. Ich bin der Einheit, der ausgebildet ist. Keine Sorge, diese Mission wird ein pures Desaster werden. Ich bin der Einheit, der ausgebildet ist. Ich bin der Einheit, der ausgebildet ist. Jeder dieser blöden Türme kostet nämlich zwei Schiffslandungen an Leuten. Ich bin der Einheit, der ausgebildet ist. Ich bin der Einheit, der ausgebildet ist. Das war's für heute. 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 Jetzt setze mal die absolute Sinnlosigkeit weiter fort. Na, das hat ja auch noch Truppen. Das war's für heute. 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 Vielleicht klappt's jetzt, einen dieser Türme auszuschalten. Aber ich kann mir vorstellen, meine Einheiten gegen zwei Türme, das wird keine gute Geschichte sein. Das war's für heute. Du hast dann. Die Mauer ist weg, dass auch nichts passiert wäre. Das ist eine große Herausforderung. Na ja, versuchen wir mal mit einer Masse an Einheiten das schon wieder irgendwie anzugreifen. Für unseren Herrscher! Zubefehl! Jawohl, mein Fürst! Atacke! Neue Soldaten sind verfolgen! Angriff! Viel nach! Ankerlichten! Volle Breitseite! Mir nach! Zu Diensten! Zu Befehl! Für Lord und König! Überprüft eure Handelsrouten! Gebt Breitseite! Eine Einheit wurde ausgebildet! Keine Ahnung, wo das Schiff wieder mit den Einheiten steckt. Auf jeden Fall nicht hier, nicht da und auch nicht hier. Auch nicht da und auch nicht hier. Überprüft eure Handelsrouten! Anker! Anker! Eine Einheit wurde ausgebildet. Ankerlichten! 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 Musketen, wir haben vier Tonnen Schwerter. Das reicht zwar viel nix, aber gut ist. Was haben wir denn hier alles da? Wir haben hier Kanonen, fast alle wieder verbraucht. Wir haben hier ein paar Musketen und wir haben hier ein paar Schwerter. Nein, jetzt habe ich sie vernichtet. Super. So. ich hoffe das reicht einfach um die feuerkraft von diesen tollen türmen hier ein bisschen eine werft willst du mich verarschen gegner ja Der Wuhl, mein Fürst. Der Lord und König. Angriff! Auffacke! Zu Diensten, mein Fürst. Angriff! Neue Einheiten sind bereits. Angriff! Auffacke! Angriff! Angriff! Zu Diensten, mein Fürst. Angriff! Überprüft eure Handelsrouten. Letzte Ladung, hoffentlich. Auffacke! Zu Diensten, mein Fürst. Für Land und König! Keine Gnade! Für unseren Herr Schürfen! Gebt Breitzeite! Gebt Breitzeite! MAUERN ZERSTÖREN! Juhu. Jetzt kann er sie ja nicht mehr wiedererrichten. Jetzt reißt er nicht mal die Sachen mehr ab. Der letzte Turm. Okay, der Turm ist weg, bleibt noch die Schaffarm. Theoretisch könnte ich die Siedlung übernehmen, aber dazu habe ich keine Lust. Ich müsste eine Unmenge Truppen gehabt haben, um die Insel einfach so überran zu haben, aber das habe ich nicht geschafft. Wer ich jetzt eher, dann wäre ich schon zehnmal Bankrott, aber gut. Zucker und Tabak, das ist nur eine wunderbare Insel. Hier wächst ja alles. Ihr wart erfolgreich. Für eure großen Taten soll euch ein Triumphbogen ehren. Ihr habt eure Aufgaben vortrefflich gemeistert. Ja und es ist vorbei, ich habe nicht gespeichert. Und wie viel hatte er am Ende? Barvermögen hatte immer noch 3000 gehabt. Keine Ahnung woher. Und hat bei mir 48 Soldaten besiegt. 23 Schiffe sind bei ihnen gesunken, zwei bei mir. Die anderen, die sind echt schlecht vom Spiel ausgegangen. Dörfer und Städte, elf Stück. Versiedelte Inseln, elf. Drei Gegner besiegt. Missionsbonus 100%. Okay, damit danke fürs Zuschauen im Stream und im Video bis zum nächsten Mal. Das dürfte jetzt schon wieder, ja 10 Uhr sein. Super. Na dann. Bis dann. Cosmendien Dunstan. Also sehen Sie wieder Secensbonus sicherer. Und jetzt jetzt Das von deronderhafte als thếße ist,